Die isolierten Schlüssel, Zangen, Schneider, Schraubendreher und sonstige Werkzeuge für den elektrischen Bereich sind aus hochwertigem Werkzeugstahl hergestellt und entsprechen dem höchsten Sicherheitsstandard. Eine Besonderheit dieser isolierten Werkzeuge ist der Prozess der mehrlagigen Plastifizierung, die ein Produkt von Spitzenqualität gewährleistet, welches für die Nutzung bei Arbeiten unter Spannung sicher ist. Die zweite Linie stellen die mit zwei Komponenten isolierten Produkte dar. Das isolierte Unior WDE-Werkzeug gewährleistet auch unter einer 1000 Volt Hochspannung eine maximale Sicherheit. Jedes Werkzeug wurde einem Stromschlagtest, Spannungstest, und einem Flammentest unterzogen. Jedes Werkzeug ist einzeln geprüft. Die isolierten Werkzeuge von Unior sind in Übereinstimmung mit dem Standard EN 60900 hergestellt, der die Grundanforderungen wie zum Beispiel Dimensionen, Härte und mechanische Prüfung der Muster festlegt. Sobald die Isolierung abgenutzt ist, müssen die Werkzeuge sofort ersetzt werden. Sobald die Konilos Vielen Dank.